Inflation, Rezession, Stagnation. Unser Land im Jahr 2023. Deutschland bleibt sitzen. Nicht nur hier, sondern auch hier. Deutschland steht still. Hier. Aber auch hier. Deutschland fällt zurück. Da und auch da. Und jetzt? Lasst uns wachsen. Nein, nicht so. So. Lasst uns handeln. Hier. Hier. Aber auch hier. 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 Und hier. Lasst uns aktiv werden. Wir ran an die Arbeit. Arbeit bewältigen. Probleme sind nur dornige Chancen. Denken wir. Growth. Die neue Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die neue Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Die neue Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Untertitelung des ZDF, 2020